Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns heute ist es heute ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und ja, ich hoffe ich kriege das ein oder andere gute Item zur Auswahl. Ich würde sagen, ja, wir brauchen noch ein DDD Trinket, aber am wichtigsten wäre tatsächlich eine Waffe. Und ja, ich gucke mal rein, ich hoffe ich kriege eine Waffe. Ich konnte zwar im HC-Raid mein Gehirn ein bisschen aufbessern letzte Woche, aber eine Waffe habe ich leider nicht gekriegt. Ah, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich habe eine relativ gute Brust mit Versa drauf, da habe ich aber halt den Sockel drin. Das mit Vermeidung, das wäre auch nicht so verkehrt, aber ich brauche halt die Sockel-Items und ich muss halt hauptsächlich für ein Raid gucken. Das habe ich schon an. Das Relikt hier ist wahrscheinlich besser und den habe ich auch schon an. Ähm, ich werde mich für ein Raid optimal gehirn. Also für M-Plus wären wahrscheinlich die zwei Sachen besser tatsächlich. Aber wie gesagt, ich muss halt schauen, dass ich mit einem Raid ein bisschen was bringe. Und dieses Trinket ist tatsächlich relativ stark. Ja, also werden wir das wohl hier im Heroic nehmen. Ist zumindest auch 2,46. Und da muss ich mal gucken, welches von beiden ich austausche. Ich vermute aber, ja gut, dann habe ich zwei U-Stringet, oder? Hm, hm, hm. Ah, naja, ich kann das andere U-Stringet raushauen. Ich glaube, das ist besser. Nehmen wir das mal. Und, ja, mit den Twinks war ich, glaube ich, die Woche auch LFR. Aber ich habe zu wenige Bosse umgehauen, dass wir da was aufmachen können. Ich müsste dann halt nochmal nachgucken. Bloß muss ich jetzt leider mich ein bisschen schicken und in den Raid... Wir kriegen übrigens einen 19er-Key. Ähm, weil ich letzte Woche tatsächlich einen 19er-In-Time geschafft habe. Wir waren nämlich, ähm... Bap, 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 wo ist es hier? Wir waren nämlich Dingster-Boomster-Nebel. Oder ich war mit einer Random-Gruppe dort und lief ganz gut. Davor haben wir noch einen 18er-In-Time gemacht, dann einen 19er. Und dementsprechend... Jetzt muss ich mal schauen, was ich für einen Schlüsselstein habe. Schlüssel... Ähm, hier unten haben wir die Blut... Oh nein, die blutigen Tiefen habe ich schon 18er-In-Time. Da wäre jetzt eigentlich eine andere besser. Aber okay, ich bin immer noch dabei, so ein bisschen den Score aufzumachen. So, ihr seht schon, ich muss mich jetzt leider ein bisschen schicken. Schon ab in den Raid für das kleine Video, für das kleine Opening-Video, so rum. Soll es das auch schon gewesen sein? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.